So wir sind auch schon bei Woche 2 bei Season 4 angelangt bei den Herausforderungen und diesmal ist es neben Whisky Wheels, also beziehungsweise auf der Map auf der rechten Seite neben Whisky Wheels da müsst ihr ganz einfach landen oben bei diesen Bäumen, ihr seht ja genau wo ich lande also es ist nicht allzu schwer zu finden ich hab's nicht erst nicht gefunden, weil ich es ja selber suche deswegen hab ich erst nicht gefunden wo genau ist es aber es hat ein bisschen gedauert wie ich es ja rausgefunden hab, aber ja nevermind, jetzt hab ich's und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Battle Pass Stufe und haut rein, ciao